ja leute hier bin ich wieder hier ist der erfolg habe für diesen erfolg mindestens wie lange habe ich dafür gebraucht 2008 also anfang von world of the lich king das das waren so fünf jahre habe ich diesen erfolg gebraucht fünf jahre also echt leute wenn ich mal kein hardcore gamer bin dann weiß ich auch nicht fünf jahre für diesen erfolg auch wenn er vor zwei jahren noch gar nicht existiert hat aber trotzdem ich wusste innerlich dass es diesen erfolg gibt ja und das wollte ich mal machen weil ich langeweile hatte und ja jetzt hatte ich mal dieses video hoch und wir sehen uns irgendwann mal wieder hat sich irgendwie herausgestellt dass man statt diesen einen erfolg 9000 plus haben muss ok wie bekommt man den denn man braucht zwei leute und nicht drei wo ist denn der jetzt hin bist du denn so jetzt mache ich wieder die epische musik an und dann sehen wir uns irgendwann mal wieder so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ah, meine Gitter! Wo ist denn das da? Ähm... Der Händler steht hier. Und wo ist der? Ja, oder? Nicht hier, da. Genau. Oder? Hier? Doch, hier. Hier steht der Händler. Warum ist der so langsam? Käse, Käse... Welche Küchen brauchst du? Buttermilch... But... Ja... Milch... Küchen... Angeblich... Gibt's da nur eins? Küsschen. Süße Träume? Boah, weh, der hat jetzt irgendwas anderes. Diese einen Küsschen, diese Kuchen. Also nicht diese Kuchen, sondern die hier. Boah, ich hoffe mal, dass es jetzt nicht da ist, sonst flippe ich aus. Ich bekomme den Affen dann. Wo wir den Port nicht bekommen, dann bekomme ich noch einen Affen dazu. Er kommt nicht. Okay. Ich habe geportet. Gibt's da hinten einen Ruhestein bei Dalaran? Äh, Ruhestein. Einen Portstein? Oh, Leute! Das gibt's doch nicht! Oder was ist denn PC einfach scheiße? Da gibt's doch gar keinen. Ach doch, da ist der! Boah! So, Leute. Nochmal wieder die epische Musik anmachen. Ja, los! Gibt's mir! Ich warte immer noch! Ja! So, Leute. Wer herausfindet, welche Musik das ist, bekommt einen Euro. Also, dann schenke ich mir selber einen Euro. Nein, ihr könnt euch dann irgendwas aussuchen. Wie, wie ist die Angst? Wie, wie ihr seid? Wer ist die Angst?